So, das ist das Töchertentier machen, das immer mit Stil sein. Gern klopfen, dann kann man am Schluss das Töchert da draufklopfen. So, wenn jetzt den ganzen Sack leer ist, kann man sie auch in den Sack. So, und ich tue dann auch gleich noch so eine Rumpen drauf, wenn man hier an den Schuhen nie weiss, wie lange das vergessen geht. Das Problem ist, wenn man das nicht wirklich schön einpackt, dass dann einfach 20 Kilo Ton in die Mulde gerührt werden. Und das Kilo Ton in der Mulde kostet 40 Kilo. Also man hat die Hilfe vom neuen Ton. Ja, das ist eigentlich die Hilfe vom neuen Ton. Und das ist eigentlich auch allein von den Ressourcen, macht es keinen Sinn, dass man den Ton runterrührt. Und dann tut man das mit den Klammern drum. So. Und jetzt ist der Sack fertig. Die Luft drinnen, das kann man fast nicht vermeiden. Und dann eben versorgen, dass die Schuhen irgendwo sorgfältig runterliegen, keine Messe da reinstecken und so. Tennis ist gut. Tennis ist gut. Tennis ist gut. Tennis ist gut. Tennis ist gut.